So Leute und herzlich willkommen wieder zurück zu Tomb Raider. Wieder mit euer Tobi. Und ja, wir sind jetzt in einem geheimen Grab. Mal sehen, was hier sich so verbirgt. Hier ist nichts. Ich dachte, sie schwingt da rüber. Noch ein Schatz. Flauschhase. Flauschhase. Der Geräusch war gerade lustig. Den Bogen, oh. Schon mal nice, was man hier so findet. Jetzt gucken wir mal, was wir hier so haben. Auch bestimmt wieder Berge ist gut. Ja. Das überflutete Gewölbe. Jetzt können wir wenigstens upgraden. Das ist ja cool. Geflochtete Sehne. Das ist echt gut. So, dann gucken wir mal weiter. Das war ein Teil der Forschungsanlage. Wurden sie wirklich hergeschickt, um die Stürme zu untersuchen? Wow. Der Strom ist noch da. Wie kann das sein? Wir haben Stroh an. Kann wir von hier her? Naja. Ein Forschungslabor. Ja, ist ja fett. Es muss einen Weg über dieses Wasser gehen. Das ist ja mal voll fett gemacht. Okay. Okay. ja so weit so gut bis wir nur schauen wo wir weiterkommen ok der Boot ist ein guter Anzeichen ach so ich verstehe nicht Feuer äh irgendwie hier irgendwie fest aha aha oh man probier da mal was oh shit ja ich dachte die kommen da hoch kommen wir nicht hoch es muss einen Weg über dieses Wasser geben auf jeden Fall und es muss auch ein Weg gehen dieses Boot hier zu bewegen logisch nur wie hier fällt wieder was ein weiß aber nicht ob das wirklich wieder was bringt nee doch nicht hier oben hier die ich auch das ist Ah Ah Ist ja mal cool Oh Y'all Aha Das war jetzt so gut. Wir haben das jetzt mal geschafft. Boah. Na ja, nicht so wirklich. Aber wie, Lara? Aber wie? Man, da kommen wir auch nicht durch. Wie sollen wir da dahin kommen? Warte mal. Ja, hoch können wir auch nicht kleidern, oder? Hä? Hä? Oh. Verstehe. Bis da hinten hin. Boah, das wird hart. Ich komm mit. Du. Kommen wir da hooooch? Nein! Warte, sonst auch nicht hier einfach, dieser Grab. Mist! Mist! Ah, komm, Boot. Wow. Okay. Das war also gut. Na los, bei dir dich. Nein. Oh, was ist das? Oh, Mann. Wie hart, ey. Oh, keine Lösung. Kommt man jetzt hier weiter? Oh, Mann. Ich muss irgendwie sicher über das Wasser kommen. Ja, irgendwie. Irgendwie über das Wasser kommen. Wie kommt man da jetzt hin? Hmm. Oh, Mann. 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 Ah! Mwah!